ich wollte schon die ganze zeit schon mal was rein in den chat reinschicken ja bitteschön einmal für dich ja rente redemption bin ich schon auf dem discord für roleplay ist auch schon drauf ich werde nächste woche irgendwann werde ich meinen tag mal zeit nehmen das einzurichten das heißt es werden da auch dem them zu diesem zeitpunkt kein stream geben aber keine angst versorge schon da mal mit videos so ich muss es vorne links vorne rechts ich hoffe die ich hoffe die mir kriege was davon ganz ehrlich das rente redemption roleplay gefällt mir die story ist auch geil das stimmt ja aber wir zuckern jetzt mal in richtung der blöde stammt also beides macht auf jeden fall richtig bock das stimmt ich habe aber gestern so so viel von von ja ob sie unsere dünns gehabt habe ich mal was voll ich mal was anderes war eine ganze herausforderung bitte bitte lukas bitte ja die sind meist ist nur wirklich gut so fahren wir in die richtige richtung oh ja zum glück kommt ja schon sägewerk in sicht ich fahre jetzt bloß nicht so schnell dass ich noch ausrutsche oder so weiß denn mit der ganzen herausforderung pd da hält man das quasi schon selber zusammen machen können aber ganz kurze kurze frage zockst du das mit tastatur oder mit controller das war noch so eine entscheidende frage controller das ist das einzige was mir noch fehlt muss ja vorne ins wasser fahren mann unser winterdienst ist 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 auch nie wie das was mal war kommt er ja nicht durch ich sehe da gar nichts mann 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 also hallo ja zum glück kommt der zuchter gerade ich sehe dich gleich durch du scheiß ding da krass ja die die haben uns hier also wie soll ich sagen ach du heilige magrele da kann ich ja gleich die haben schon angefangen die achterbahn weiter zu bauen krass es funktioniert sogar uh-oh rein Schön! Ja, gell? Ganz schön. Lukas hat gerade volle, volle gute Laune, wie man es so sieht, ne? So. Boah, krass. Ehrlich jetzt? Mit dem Schnee da drauf? Geil. Haha, geil. Oh, toll. Mir ist zu kalt. Ah, da ist also noch einer drin. Aha. Da haben wir halt ordentlich gut Holz drin. Wie viel haben wir denn schon wieder da drin in der Anlage? Oh, 11.000. Brauchen wir noch ein bisschen. Da brauchen wir noch ein bisschen. So, gleich leer. Ist gut. Gut. So. Dann fahren wir mal wieder zurück. Das macht voll Spaß, so im Schnee rumzufahren, ey. Huiiii. Also können wir festhalten, es klappt. Und es klappt, dass wir, wenn wir diese Baumfellarbeiten machen, dass wir quasi dann auch die... Die Bäume für unsere Säge wegholen können. Sehr schön. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht irgendwie falsch fahre, sonst habe ich ja gleich wieder... Tam, tadam. Ne? So. Da fährt wieder unser Zug. Wow. Wow. Da hoch geht's. So. So. Ein bisschen andere, peppigere Musik mal reinmachen, ha? So. So. Ich muss ja wirklich, weil wir das sind. da 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 passt ja richtig gut wir müssen nur hier rein Zahm... Problem. Manchmal geht es halt eben nicht schneller. Aber ich glaube, ich hätte auch anders da anfahren sollen. Naja... Fast, ja. So... Alles klar, mein Lieber. Viel Spaß auf jeden Fall bei der Herausforderung. Und... Ja... Man sieht sich ja morgen bestimmt wieder. Aber morgen ist der ETS 2. Freu, freu. So, genau. Jetzt machen wir hier mal die Stämme. Ich fasse gleich alle erledigt. So... So... Hahaha... Jetzt habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, ist wirklich eine lange Sache. Das stimmt. Aber... Wie gesagt... Es gibt ein paar schöne Knachen. Da ich ja schon die passende... Die passende Mucke habe für... Für... Für Red Redemption. Alles los. Warum will der jetzt nicht... Alles los. Warum will der jetzt nicht... der Kopf ist... Oh... schnett wegschmeißen manchmal wollen die zahnstocher mich einfach ein bisschen ärgern war die zahnstocher da so sind gerade nämlich dabei wieder ein bisschen gefällte holz für uns das sägewerk rein zu bekommen schon mal so er möchte keiner mehr handbremse raus so und weiter wenn man gratis also baumfellarbeit macht und gratis dann noch die stämme geschenkt bekommt ja den haben wir doch gerne mit ach das war es schon okay das das so runter damit oh 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 hochschmeißen wollen wir nix ne und böser stamm So So Ja, dann schmeißen wir jetzt erstmal alle drauf. So, zack. Ich hab dich mal ein bisschen bei da. So. So, das ist der Nächste. Wollt.